Herzlich Willkommen zu den letzten DHV News im Jahr 2015. Das war ein spannendes Jahr, aber jetzt zum Ende hin werden die Nachrichten dünner. Es passiert nicht mehr so viel, was man berichten kann, aber in einer Hinsicht ist genau das eine schlechte Nachricht, denn es tut sich nichts in Sachen Cannabis als Medizin, obwohl großartig angekündigt wurde, soll den Patienten geholfen werden. Das hat schon angefangen im Februar des Jahres, da hat Frau Mordler angekündigt, man will das Thema anpacken, Cannabis als Medizin, man will die Versorgung verbessern, die Verschreibung erleichtern, man will die Krankenkassen zahlen lassen für medizinisches Cannabis und dann hat es sehr lange gedauert und ist nichts passiert und Anfang November kam dann die große Nachricht, ja jetzt ist der Gesetzentwurf fertig und man hat zu Ende gedacht und will das sogar noch fortschrittlicher regeln, als wir das bisher angenommen hatten. Man will sogar den Anbau von medizinischem Gras in Deutschland regeln und auch die Blütenversorgung gleich mit und nicht nur Pharma Produkte, aber seitdem passiert wieder gar nichts und dafür ist mittlerweile tatsächlich Frau Merkel persönlich verantwortlich, nicht mehr in erster Linie Frau Mordler oder das Gesundheitsministerium. Die haben offensichtlich ihre Hausaufgaben gemacht, haben zwar lange gebraucht, aber seit spätestens 1. November, als diese große Nachricht kam, liegt dieses Gesetz jetzt zur Prüfung im Bundeskanzleramt. Und liegt da und liegt da. Falls irgendjemand zuschaut aus dem Kanzleramt, Frau Merkel, lassen Sie doch endlich dieses Gesetz frei, gebt das Cannabisgesetz frei, möchte ich mal so sagen. Das kann nicht angehen, dass auf dem Rücken der Patienten jetzt da ewig noch irgendwie gewartet wird. Ich verstehe, dass das Kanzleramt viel zu tun hat und Frau Merkel persönlich, die Flüchtlingsfrage ist eine wichtige und ich persönlich finde auch, dass Sie, Frau Merkel, da vernünftig mit umgehen, aber es kann nicht angehen, dass darüber jetzt wieder die Patienten leiden müssen. Die haben schon viel zu lange gewartet und während dieser ganzen Warterei kriegen wir ständig neue Nachrichten über Patienten, die verfolgt werden, weil sie sich irgendwie anders Cannabis besorgen müssen, weil sie sich das Apothekengras nicht leisten können, selbst wenn sie eine Ausnahmegenehmigung haben. Die Leute melden sich, weil ihre Ärzte ihnen nicht helfen bei der Ausnahmegenehmigung. Denen ist es viel zu kompliziert mit dieser Sondergenehmigung vom Bundesinstitut für Arzneimittel Cannabis muss endlich einfach verschreibungsfähig werden und es macht überhaupt keinen Sinn, dass Mutti da jetzt noch ewig drauf rumbrüten muss auf dem Gesetz. Die Experten vom Gesundheitsministerium haben das ausgearbeitet und Frau Merkel, wenn Sie nicht dazu kommen, das zu prüfen, dann lassen Sie es halt, veröffentlichen Sie dieses Gesetz und lassen Sie endlich den Bundestag darüber beraten. Anfang diesen Jahres, vor fast einem ganzen Jahr, wurde angekündigt, dass das Gesetz in diesem Jahr verabschiedet werden soll und dass es Anfang 2016 in Kraft treten soll und dann den Patienten endlich geholfen werden kann und jetzt ist das Gesetz noch nicht mal zur Beratung in den Bundestag eingebracht. Also bitte, bitte tun Sie dem Patienten den Gefallen und machen Sie da mal vorwärts. So, abgesehen von dieser schlechten Nicht-Nachricht habe ich jetzt noch ein paar Kleinigkeiten, die auch durch die Medien gegangen sind, aber letztendlich eigentlich nur quasi einen Fortschrittsbalken darstellen über Nachrichten, die wir hier schon gebracht haben, die wichtig sind und die jetzt weitergehen. Das eine ist die offizielle Gründung von LEAP, Law Enforcement Against Prohibition, also Gesetzeshüter gegen Prohibition, grob übersetzt. Das war hier schon mal ein großes Thema in den News. Wir waren damals bei der Pressekonferenz dabei, als es angekündigt wurde. Ich habe davon berichtet. Diese Woche ist der Verein dann offiziell gegründet worden. Es gab eine Gründungsversammlung, wo auch Kollege Maximilian Plenert und ich selbst dabei waren. Wir sind auch Gründungsmitglieder in diesem Verein. Man kann da also auch Mitglied werden, wenn man nicht selber zu den Gesetzeshütern gehört. Nur die Sprecher, die sind tatsächlich alle Gesetzeshüter und es waren auch einige da. Polizisten, Rechtsanwälte, der Polizeipräsident Wimber, Richter Müller, alle dabei. Aber man kann den Verein auch so unterstützen. Wenn es dann demnächst ein Beitrittsformular gibt auf der Homepage, dann werden wir nochmal explizit dazu aufrufen, diese sinnvolle Struktur, diesen Verein zu unterstützen. Aber jetzt wisst ihr schon mal alle Bescheid. Die formale Gründung ist vollzogen. Ich verlinke auch die Facebook-Gruppe und die offizielle Homepage von Lieb Deutschland hier unter dem Video. Die gibt es nämlich mittlerweile auch. Sogar einen YouTube-Kanal gibt es, wo auch diese Pressekonferenz von damals schon als Mitschnitt online steht. Also guckt euch da um und ich werde euch nochmal daran erinnern, wenn man da schön Mitglied werden kann. Dann ging noch der Widerspruch aus Berlin durch die Medien gegen die Ablehnung des Bundesinstituts für Arzneimittel wegen des Modellprojekts in Friedrichshain-Kreuzberg. Boah, schwierige Formulierung. Also der Bezirk hatte ja ein Modellprojekt zur Cannabis-Abgabe beantragt dieses Jahr, hat die Ablehnung bekommen und es wurde schon vor längerer Zeit Widerspruch eingelegt. Insofern ist auch das keine große Nachricht. Aber jetzt wurde die Begründung für diesen Widerspruch nachgereicht. Und das ging nochmal durch die Medien und ist auch interessant. Also gut formuliert, offensichtlich von einem Juristen, der sich da sehr viel Gedanken drüber gemacht hat. Und es ist auch ein wichtiges Signal an die anderen Städte, die sich für Modellprojekte interessieren, weil damit das Thema wieder ein Stück weit offen ist. Die anderen sehen also, Friedrichshain-Kreuzberg kämpft, auch auf juristischer Ebene. Die Sache ist noch lange nicht vorbei. Und wenn dann jetzt nochmal eine Ablehnung vom Bundesinstitut für Arzneimittel kommt, dann wird der Bezirk wahrscheinlich auch klagen, sodass es für die anderen Städte durchaus auch Sinn macht, da selber auch weiter dran zu bleiben und weiter zu machen. Eine ähnliche Nachricht kommt aus Mexiko. Da hatte ich ja berichtet über das große Urteil, dass da die ersten Leute freigesprochen wurden wegen Cannabis-Anbau zu Genusszwecken. Also es geht nicht um Patienten, sondern es geht um eine Gruppe, eigentlich gar nicht mal auch unbedingt von Konsumenten, sondern auch von Rechtsanwälten, die über die Gerichte das Recht in Mexiko durchsetzen wollen, dass eben jeder für seinen Eigenverbrauch Handpflanzen anbauen darf. Das wurde ja genehmigt dann vom Gericht. Erstmal nur für diese Leute. Aber es hat massive Auswirkungen auf die Diskussion in Mexiko. Und die Regierung hat das jetzt so akzeptiert und hat genau diesen betroffenen Leuten eine offizielle Genehmigung erteilt mit wenigen Einschränkungen. Das gesagt wurde, also ihr dürft zum Beispiel nicht in der Nähe von Kindern konsumieren oder in der Nähe von Leuten, die damit nicht einverstanden sind. Ansonsten, okay, baut halt euer Gras an. Wir lassen euch in Ruhe. Ihr habt unsere offizielle Genehmigung. Sehr schöne Sache war auch zu erwarten und vor allen Dingen ist jetzt zu erwarten, dass noch sehr viel mehr Leute so eine Genehmigung kriegen. Und wenn es die Regierung nicht von alleine macht, wird es weitere solche Urteile geben. Insofern werden wir nächstes Jahr sicherlich auch von großen Fortschritten aus Mexiko berichten können. Eine Nachricht habe ich noch von Anfang Dezember, die mir nicht aus dem Kopf ging, die ich noch nachreichen will. Und zwar ist das eine Nachricht wieder aus den USA. Da geht es darum, dass Universitäten und Firmen ein THC-Messgerät entwickelt haben wollen. So zumindest die Nachricht, dass sehr genau mit einem Atemmessgerät, ähnlich wie bei den Alkoholtestgeräten, die wir kennen, extrem genau die THC-Werte messen kann. Also nicht nur wie beim Urintest die Abbauprodukte, was nur ein Anfangsversatz bestätigen kann, sondern ziemlich genau sagen kann, wie viel THC haben die Leute im Blut. Das macht insbesondere in den USA natürlich Sinn, wo jetzt in mehreren Bundesstaaten auch schon solche Grenzwerte eingeführt wurden, die vernünftig sind, die Sinn machen bei 5 Nanogramm etwa in Washington DC und Colorado, sodass man dann relativ einfach sagen kann, okay, du bist unter dem Grenzwert, fahr weiter oder du hast zu viel im Blut, dich müssen wir jetzt irgendwie belangen, du kriegst ein Bußgeld, wie auch immer. Und es wird gesagt, dass dieses Testgerät schon Anfang 2016 auf dem Markt sein soll. Wir müssen damit rechnen, wenn das wirklich so funktioniert und kommt, dass das nicht lange dauern wird, bis die Dinge auch in Deutschland verfügbar sein werden. Das wird eine ganz neue Dimension wahrscheinlich werden von Verfolgung von Cannabiskonsumenten im Straßenverkehr. Und das wird die Wichtigkeit nochmal drei Nummern hochsetzen, dass wir endlich in Deutschland einen vernünftigen Grenzwert brauchen, der nicht so niedrig ist wie jetzt bei 1 Nanogramm an der Nachweisgrenze, an der bisherigen im Prinzip, wo die Leute alle komplett vollkommen nüchtern sind, sondern wir brauchen einen vernünftigen Grenzwert, der die Gefahren ausschließt. Die Leute sollen nicht bekifft fahren, aber eben auch nicht nüchtern belangt werden. So ein Grenzwert von 5 Nanogramm wie in den USA ist absolut überfällig in Deutschland und da werden wir weiter dranbleiben. Spätestens wenn so ein Testgerät hier auf dem Markt massenhaft eingesetzt wird, haben wir sonst ein Problem. Und zwar nicht nur die Konsumenten, sondern auch die Autoindustrie und die Führerscheinstellen, wie auch immer, wenn auf einmal eine Million Leute ihre Führerscheine verlieren, weil der Grenzwert zu niedrig ist. Nun ja, das als kleine Information. Vielleicht dauert es auch noch ein Jahr länger, bis solche Geräte fertig entwickelt sind und auch in Deutschland ankommen. Aber es wird intensiv daran gearbeitet. Stellt euch darauf ein. Die DHV Spendenkampagne läuft super. Wir haben unser erstes Spendenziel schon erreicht. 10.000 Euro. Das war ja angelehnt an das Ergebnis von vor zwei Jahren. Das haben wir schon in den ersten zwei Wochen eingespielt. Vielen Dank dafür. Wir sehen es auch als große Bestätigung unserer Arbeit. Viele stehen hinter uns. Viele haben mitgemacht mit ganz kleinen und recht großen Beträgen. Und wir haben jetzt nochmal eine zweite Messlatte eingezogen in unser Spendenbarometer auf der Homepage. 20.000 Euro schaffen wir das auch. Das bedeutet auch, dass wir nicht nur unsere bisherige Arbeit stabilisieren können und so weitermachen können im nächsten Jahr. Sondern hier und da tatsächlich auch noch ein bisschen mehr machen können. Bessere Bilder zum Beispiel, um bestimmte Argumente visuell klar zu machen, wo die Leute heute kaum noch Texte lesen und lieber Bilder angucken. Das wäre ein großer Fortschritt für uns. Und auch mehr Lobbyarbeit nochmal. Zum Beispiel zum Thema Führerschein. Schon 10.000 Euro mehr können da bei uns doch einen deutlichen Einfluss nochmal haben. Und wir können einfach damit mehr tun. Also ich bin gespannt, ob wir auch das noch schaffen. Die Aktion geht bis zum 15.01. traditionell. Wer also noch ein paar Schränchen unterm Weihnachtsbaum findet und uns eins davon abgeben will, kann das in Ruhe noch machen bis Mitte Januar. Zwei Termine habe ich noch. Ein paar Aktivisten sind noch kurz vor Weihnachten aktiv. Und zwar die DHV-Ortsgruppe Rhein-Neckar wieder mal mit einem Infotisch in Mannheim. Am Samstag, den 19.12. und am Sonntag, den 20.12. trifft sich die Hanfinitiative Frankfurt am Main. Beides findet ihr wieder mit den Links unter diesem Video. Und damit wünsche ich euch ein paar schöne Tage, geruhsame Festtage, schöne Abende, tolle Feiern, einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr. Alles auf einmal. Und ihr seht die nächsten DHV-News wieder am 8. Januar. Bis dahin haben wir noch ein paar andere Dinge, mit denen wir den YouTube-Kanal bedienen werden. Aber die aktuellen News machen jetzt ein bisschen Pause. Auf Wiedersehen. Beim Smoken im Park nächstes Jahr in Baden-Württemberg. Setzt euch im Park, wenn ihr dann da eine Tüte raucht und könnt ihr euren Ghetto-Blaster mitnehmen und dann immer gleich. Es handelt sich um Fake Joint, sie enthalten nur Tabak. Es handelt sich um Fake Joint, sie enthalten nur Tabak.